Okay, jetzt haben wir eine kleine Suchmeldung und zwar wird ein kleines Mädchen vermisst, viereinhalb Jahre, die heißt Sarah Melena Nikolic. Sarah Melena Nikolic ist blond und viereinhalb Jahre alt. Wenn ihr also ein kleines Mädchen seht, was so aussieht, als wäre sie nicht in der wichtigen Begleitung. Sie hat ein Hello Kitty T-Shirt an, wenn sie gefunden wird, bitte auf die Brückenstraße zum Sani Stützpunkt gebracht werden. Also ich wiederhole nochmal Sarah Melena Nikolic, viereinhalb Jahre, blond mit einem Hello Kitty T-Shirt. Also wenn ihr die findet, bringt sie bitte zum Sani auf die Brückenstraße, damit ihr wieder zu Mutti und Vati zurückkommt. Und während ihr jetzt mit den Augen sucht, könnt ihr uns trotzdem zuhören und ein bisschen lauschen, denn wir erfüllen jetzt wieder einen musikalischen Wunsch. Ein Mann hat vorhin gefragt, ob wir noch einen Song spielen können von Jack Barry. Das tun wir natürlich. Vielleicht sein größter Hit, Johnny B. Goode.